www.zweitewelle.de Das unabhängige Handball-Online-Magazin Ja, ich grüße euch hier zur Spieltagspressekonferenz für den 12. Spieltag, heute im Hotel Dormero in Hannover. Ja, nächstes Spiel, nächstes Heimspiel am Sonntag, den 18.11. um 17.30 Uhr in der AWD-Hall gegen den VfL Gummersbach. Die Gummersbacher sind zurzeit auf dem 13. Platz und haben 8 zu 14 Punkte. Zuletzt ein sehr gutes Spiel gemacht gegen die Rhein-Neckar Löwen, leider aber dennoch mit 28 zu 30 verloren. Und haben auch personell ein bisschen Probleme. Der VfLer Kentin Mahé ist verletzt und auch Spielmacher Christopher Schindler. Damit fehlen natürlich zwei wichtige Rückraumspieler an. Gegen uns haben wir allerdings letztes Jahr eine positive Serie gehabt. Serie in Anführungsstrichen. Im Henspiel Hannover, im Rückspiel Hannover gab es einen 37 zu 35 für den VfL und in Gummersbach haben wir einen 33 zu 33 Unschienen erreicht. Ja, Christopher, grüße dich natürlich wie immer an meiner rechten Seite. Und heute an meiner linken Seite Morten Olsen, unseren Spielmacher. Ja, wie war das Training in dieser Woche? Hat die Mannschaft sich schon auf dem VfL eingestellt? Ja, guten Tag erstmal. Die Mannschaft hat sich sukzessive über die Woche schon angefangen einzustellen. Wir machen natürlich vieles jetzt noch am Freitag und am Samstag in Vorbereitung auf das Spiel gegen Gummersbach. Aber wir haben natürlich vieles an Dingen aufgearbeitet, die wir noch besser machen müssen. Und sind aber auf einem guten Weg, uns auf das Spiel hoffentlich optimal vorzubereiten. Die Verletzungen beim VfL wiegen zumindest für die Gummersbacher schwer. Wo siehst du die Stärken unserer Gäste? Das Spiel der Gummersbacher ist eigentlich nicht abhängig von bestimmten Spielertypen auf bestimmten Positionen. Sie haben verschiedene Ausgangskonzeptionen, die sie spielen. Und dann gehen sie meistens in ein Spiel mit zwei Kreisläufern. Die Halbspiele, die sie dafür brauchen, haben sie. Mit Adrian Pfahl und... Was sagen wir, wie er heißt? Warnapulic. Und deshalb denke ich, dass der Ausfall der beiden Spielmacher sicherlich schwer wiegt, weil man jemand anders spielen lassen muss. Aber ich glaube, verschiedene Möglichkeiten ergeben sich trotzdem für Gummersbach. Das wird auf jeden Fall kein Spiel, das dadurch leichter wird. Ja, das Ergebnis gegen die Löwen spricht von einer guten Moral, die die haben. Denn Kettin Mahé war schon in der 15. Minute verletzt. Wie gefährlich ist vielleicht jetzt unsere Euphorie gegenüber einem angeschlagenen VfL aufzutreten? Ja, Euphorie ist erstmal überhaupt kein Fehler, sondern etwas Gutes. Man darf sich nicht selbst überschätzen. Die Gummersbacher haben sehr engagiert verteidigt, sehr hart verteidigt und sehr konsequent gegen die Löwen gearbeitet. Und haben dann halt viel auch Gegenstoß und zweite Welle laufen können. Das ist die große Stärke dieser Mannschaft, dass sie aus einer sehr aggressiven Abwehr heraus wirklich viel Tempo machen. Das haben wir im letzten Jahr auch schon zu spüren bekommen im Rückspiel hier in Hannover. Weil es die Mannschaft trotz des anstehenden Europavokalfinales bei uns eine wirklich tempogeladene Begegnung geliefert hat. Und deshalb müssen wir sehr gut Anruf spielen, um sie nicht ins Tempo kommen zu lassen. Kann unsere Mannschaft eine ähnlich starke Leistung abliefern wie gegen Flensburg? Ist das wiederholbar? Man kann ja Spiele sowieso nicht miteinander vergleichen, weil das immer sehr viel von Dorf aufhabe geht, was der Gegner macht, wie der Gegner spielt. Ich glaube, wir müssen sehr konzentriert spielen und einfach nur auf die Aufgaben gucken, nie anstehen. Und wenn wir unsere Aufgaben erfüllen, wenn wir das schaffen, das gut zu machen, dann können wir auf jeden Fall auch gegen Gummersbacher vergrößern. Ja, vielen Dank, David. Das sind erstmal meine Fragen zum Trainer. Morten, wie ist die Stimmung mit der Mannschaft im Augenblick? Ja, die Stimmung ist natürlich richtig hoch und richtig gut. Wir haben eine Menge Spaß, wenn wir trainieren und wenn wir spielen. Und es macht einfach einen Riesen-Spaß, hier haben wir es zu spielen im Moment. Das wäre eigentlich meine zweite Frage gewesen. Macht halt bei ihm auch nichts Spaß? Ich denke ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ganz anders als die letzten Jahre, wo wir in der Keller und in diesem Gegenabsteig kämpfen. Dieses Jahr spielen wir Top 8, zumindest bis jetzt. Und das macht einfach Riesenspaß. Wollt ihr da auch bleiben in der Top 8? Ja, natürlich. Wenn wir das schaffen können, dann bleiben wir gerne in der Top 8. Aber ich glaube, jeder in der Mannschaft wissen auch, dass es ganz schwierig ist, da zu bleiben. Und dann müssen wir eine ganze Saison, jedes Spielwerk gute Leistung bringen. Das wird wahrscheinlich schwierig, aber mal schauen, wie das geht. Wie bist du im Augenblick mit der anderen Leistung zufrieden? Ja, ich bin natürlich zufrieden mit meiner Leistung, wie ich auch zufrieden bin. Ich bin mit der ganzen Mannschaft. Ich finde, alle Spieler in der Mannschaft spielen im Moment ein gutes Handball. Wie siehst du im Augenblick die Stärken des VfL? Habt ihr eine Chance zu gewinnen am Sonntag? Ja, das haben wir gerade gegen Flensburg gewonnen, aber dann haben wir auch gegen Gomsbach eine Chance zu gewinnen. Ich habe leider nichts von Gomsbach gesehen diese Saison. Ich glaube, wir werden morgen anfangen, Videos zu sehen und dann weiß ich besser, wie die spielen. Aber auf jeden Fall ist Adrian Pfeiler ein guter Spieler, müssen wir den Griff kriegen. Ja, danke. Das zunächst von meiner Seite. Jetzt bitte ich euch, Fragen zu stellen. Du hast gesagt, ihr müsst im Ansatz so spielen, dass die Gomsbacher ihr Tempospielchen bekommt. Und das habt ihr ja genau in diesem Playbook eine Portur hingekriegt. Ist das für die letzten Zeiten oder unterstützt nicht das in der Augenblick, dass ihr gewünscht habt? Oder dass ihr das wieder so hinbekommt? Ja, es kann ja sein, dass wir das jetzt gelernt haben. Aber wie Morten auch weiß, hatten wir ja, wenn wir unsere Spiele zusammen analysieren, auch öfter mal das Gefühl, dass wir das noch nicht so gut hinkriegen. Also nicht in jedem Spiel hinkriegen, also den Gegenstoß der anderen Mannschaft zu verhindern. Das ist halt wieder eine schwere Aufgabe gegen Flensburg. Hat das vielleicht auch deshalb geklappt, weil Flensburg eben in der Woche gegen Kiel ein schweres Spiel hatte und dann drei Tage später gegen uns vielleicht auch nicht die gleiche Fähigkeit hatte, Tempo zu spielen. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich im Angriff kontrollierter spielen. Und das ist einfach der eine oder ein wichtiger Punkt, der dazu führt, dass die anderen Mannschaften nicht so viel Tempo spielen können. Wenn man aus kontrollierter Situation Würfe macht oder vorbereitet, dann ist es für alle anderen einfacher zu wissen, dass wir jetzt Gegenstoß verteidigen müssen. Weil man ja um den Erfolg nie genau weiß, ob man auch so wird. Und das ist, glaube ich, gegen Flensburg gut gelungen. Und das müssen wir aber auch genauso gut gegen Gummersbach machen. Ich habe aber Vertrauen in die Mannschaft, dass sie Lernprozesse nicht nur angeht, sondern auch erfolgreich durchführt. Und dieser Lernprozess gegen eine übermächtig erscheinende Mannschaft wie Flensburg gewinnen zu können, wenn man vor allen Dingen ihr Tempospiel in den Griff bekommt, glaube ich, lässt uns auch die Wichtigkeit dieser Fähigkeit für das Spiel gegen Gummersbach erkennen. Christopher, der VfL stellt ja eine starke Defensive mit Michael Koppo, der aktuellen Zeitstrafenkönig der Liga. Erwartet ihr für Sonntag ein schmutziges Spiel? Ich glaube, man muss akzeptieren, dass Mannschaften unterschiedlich Handball spielen und dass es da auch auf unterschiedliche Spielweisen ankommt, sich darauf einzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch Gummersbach sehr aggressiv verteidigen wird und versuchen wird, uns in Duelle zu verwickeln und uns vielleicht auf dieser Ebene zu bekommen. Und es ist unsere Aufgabe, damit professionell umzugehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und gute Überzahl zu spielen. Denn jede Mannschaft, die dann merkt, dass sie in Unterzahl viele Tore bekommt und schlechte Chancen hat, einen Vorsprung aufzuholen oder zu verteidigen, die wird dann überlegen, ob sie weiterhin so aggressiv verteidigt. Ich denke, man muss immer wissen, was der nächste Schritt ist auf diese Abwehr, wenn es denn so kommt. Aber klar ist natürlich, dass die sehr harte Defensive im Augenblick auch die Stärke von Gummersbach ist. Eine Frage an Morten. An der Spitze der Torschützenliste der Bundesliga stehen drei dänische Spieler, unter anderem ja auch du. Erstens, woran liegt es? Und zweitens, was müssen deutsche Eltern ihren Kindern in die Flasche mixen, damit dort drei deutsche Spieler stehen? Das weiß ich gar nicht. Also, wir werfen ja alle sieben Meter und das bringt ja natürlich viele Tod für uns. Und dazu glaube ich, dass wir alle drei gerne Tore machen wollen und im Training auch. Ich glaube, wir trainieren auch gerne verschiedene Varianten, wie man Tore machen könnte. Und deswegen sind wir dann in den Spielen mehr variabel. Wenn Abwehr irgendwas macht, dann kann man immer ein Tor machen. Aber schwierig zu sagen, warum wir sind drei Dänen in der Toppe. Aber ja, so sieht es aus. Die Personalsituation, Herr Gummersbach, wir haben es ja angesprochen, zwei Verletzte. Für den einen mag das schön sein, aber es ist ja auch eine brandgefährliche Situation. Die Mannschaft wird ja durch diese Situation unberechenbarer. Ist es dir lieber, sie wären da gewesen jetzt, die beiden verletzten Spieler, oder ist es dir so lieber? Ich nehme es, wie es kommt. Also, wir können es ja nicht ändern. Und ich glaube, man verpflichtet natürlich große Qualität, wie jetzt auch Maia und Schindler darstellen, damit man besser spielt. Und es ist klar, dass diese Qualität nicht vergrößert wird, wenn die weg sind. Das ist auch möglich. Aber es gibt ja auch in einem Kader nicht nur sieben Spieler. Und man weiß auch nicht, wenn jetzt Krause eben auf Halb spielt und Putic auf Mitte, das ist eine Variante, die anders ist und auch sehr gefährlich sein kann. Und man muss sich darauf einstellen und man kann sich nicht so gut darauf einstellen, weil man das auf Video eben ganz selten sehen kann. Andere Variante ist, sie haben noch einen sehr guten jugoslawischen Mittelmann, der dann auch spielen kann, wenn Putic auf Halb links spielt. Sie können auch mit zwei Kreisläfern agieren und dann Übergang spielen. Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Ich glaube, nur optimal sind die Möglichkeiten dann, wenn Maia und Schindler spielen. Insofern ist es natürlich, das will ich auch gar nicht wegreden, ein Vorteil für uns, dass die beiden nicht dabei sind. Aber das wird sich wahrscheinlich eher auf lange Sicht zeigen, als in dem Spiel am Sonntag. Und es ist natürlich immer so, wenn Spieler verletzt sind und die Mannschaft aber intakt ist, dann rückt man dann auch enger zusammen. Und dann versucht man noch mehr zu investieren in die Abwehr, noch mehr zu investieren in den Zusammenhalt. Und das kann natürlich bei einer Mannschaft wie Gummersbach, die ja in Göppingen gewonnen hat, was man nicht vergessen darf. Und die halt auch großes Potenzial hat, eben auch für eine sehr große Gefahr sein, dass wir eben nicht das spielen können, was wir spielen wollen. Aber ich muss auch sagen, ich halte uns natürlich auch für stark genug, diese uns gestellten Fragen zu beantworten und einfach die Qualität, die wir in den letzten Spielen zeigen, zu wiederholen. Alle Antworten gibt es erst am Sonntag um 17.30 Uhr. Dann möchte ich natürlich noch sagen, dass wir uns sehr bedanken für die grandiose Unterstützung gegen Flensburg. Und das war also wirklich ganz, ganz toll von den Zuschauern, von den Fans. Und wir hoffen natürlich, dass das am Sonntag auch so ist. Bisher sind 2.400 Tickets verkauft, sodass wir ganz stark davon ausgehen, dass wir in Richtung 3.000 oder über 3.000 gehen. Gern natürlich auch mehr. Und wer in der letzten Woche dabei gewesen ist, der kommt nämlich bestimmt wieder. Und dann werden sogar 3.366. Ja, Sparkassen-Autogrammstunde am Sonntag mit Jannis Vortek und Alvis J. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir die DKB-Visa-Card-Aktion haben. Ihr wisst, wir heißen DKB-Handball-Bundesliga. Und jeder Kunde, der mit seiner DKB-Visa-Card kommt, erhält eine Eintrittskarte zum Spiel kostenfrei. Ich denke, das ist nochmal ein guter Hinweis, das vielleicht auch in Kästchen zu setzen. Ja, wenn dazu sonst keine weiteren Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich bei euch. Leine Herz kriegt natürlich noch einen O-Ton und wünsche euch einen guten Hinweis in die Redaktion. Danke, Christopher. Danke, Morten. Danke.